... uns auf des Herrn Berg gehen. Nikolaikan war schon immer das touristische Zentrum Masur. Doch plötzlich und mit voller Wucht ist eine neue Zeit hereingebrochen, schwer zu sagen, ob der Ort dadurch gewonnen hat. In den zwei, drei Monaten des Sommers wälzt sich ein Menschenstrom über die Uferpromenade und danach ist Nikolaikan wieder leer. Der Spürdingsee, fast schon ein Binnenmeer. Es ist ein Stück Polen, das keineswegs einen ärmlichen Eindruck macht. Schaut man von fern auf diese Kulisse, dann sieht es so aus, als habe Nikolaikan durch diesen Tourismus schon heute das große Los gezogen. Doch das Geld kommt von außerhalb und das meiste fließt auch wieder dorthin. Die Arbeitslosenquote in dem einstigen Fischerdorf ist nur schwer unter die 30 Prozent zu drücken. Das ist so etwa die Marke der Durchschnitt dieser düsteren Statistik im heutigen Masur. Hoch über dem See, eine Schule, die den Namen einer Deutschen trägt. Die Journalistin Marion Gräfin Dönhoff entstammte einer der großen ostpreußischen Dynastien. Das Abitur auf der Dönhoff-Schule wird in polnisch abgelegt, doch man verlässt sie zugleich mit soliden Kenntnissen in Deutsch. Als wir da waren in den großen Ferien, tagte der Schulvorstand, um über das neueste Projekt zu beraten. Ein Internat für Schüler aus Deutschland, die in Masuren ein deutsches Abitur ablegen können. Mit am Tisch Piotr Jakubowski, der Bürgermeister. Und Frank Dombrovski, den die Gräfin einst mit ihrer Vision betraute. Was verspricht man sich vom neuen Projekt? Als Bürgermeister der Stadt Nikolaiten ist mir bewusst, dass die Zeit der Nostalgiebesuche allmählich zu Ende geht. Also der Besuche von Deutschen, die hierher kommen, um zu sehen, ob die von ihnen verlassenen Häuser noch stehen. Und wie es heute in den Dörfern aussieht. Das hört auf, wenn diese Menschen einmal gestorben sind. Und so könnte eine Lücke, eine Leere entstehen. Und da ist es mir als Bürgermeister wichtig, dass immer mehr junge Menschen nach Nikolaiten kommen, um diese Lücke irgendwann wieder zu füllen. Einander kennenlernen, besser verstehen, die Sprache des anderen sprechen. Dazu vier junge Polinnen, die gerade ihr Abitur an dieser Dönhoff-Schule machten. Hallo, ich heiße Alicia, ich studiere Germanistik in Allstein. Allstein? Allstein hieß das damals. Und ja, ich möchte gerne eine Reiseleiterin werden. Aha. Ich bin Justyna, ich studiere Umweltschutz in Allstein. Ich habe im Liceum Marion Dönhoff gelernt. Und werde was? Und werde Biotechnologie. Dann in Polen, in Paris, London, wo wollen Sie hin? In Polen. Ja? Hallo, ich heiße Monika, ich bin 19 Jahre alt. Und von Oktober möchte ich Marketing studieren in Lück. In Lück. Und Sie? Hallo, ich heiße Ivona. Ich habe auch die Marien-Dönhoff-Schule besucht. Und jetzt werde ich Germanistik studieren. In Allstein oder in Heidelberg. Aber das weiß ich nicht. Ja? Und was versprechen Sie sich so generell davon? Zu sagen, okay, Deutsch gar nicht schlecht später oder so. Man weiß es ja nicht. Also andere sagen, nee, außer Englisch wird später nie wieder eine andere Sprache gesprochen. Also es kommen viele deutsche Touristen hier. Und wir hoffen, dass sie immer wieder und öfters mal hierher kommen werden. Ja, schade, dass nur die Ältesten. Es wäre schön, wenn auch die Jüngeren hierher kommen würden. Aber die haben Angst, habe ich gehört. Immer noch? Ja, weil die meinen, dass hier noch Kommunismus ist oder sonst noch was. Dass hier Autos geklaut werden. Und hier werden gar keine Autos geklaut. Also selten, selten. Immer seltener vielleicht. Ja. 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 Kein Zug und auch kein Flugzeug nimmt einen direkten Kurs auf diese Einsamkeit. Dem 2-Stunden-Flug nach Mallorca oder auf eine andere südliche Insel stehen 20 oft quälende Stunden der Bus- oder Autofahrt nach Masuren gegenüber. Das ist eine Hürde, aber das ist auch ein Schutz der Abgelegenheit und der Stille. Leicht fällt es sich vorzustellen, dass die Zeit hier stehen geblieben sei. Unberührte Natur, unberührte Natur, einfaches Leben, ein Gestern, das sich länger gehalten hat. Ein Hauch von Wehmut, eine Landschaft so schön wie vor hundert oder tausend Jahren. Die Innenstädte sind meist unaufregend. Ein letztes sozialistisches Grau neben greller westlicher Reklame. In Lötzen, Gschitzko, die alte Drehbrücke am Schloss. Die Segelboote klappen die Masten ein auf der Passage von Dargeinen in den Löwentiensee. Für den Autoverkehr ist diese Brücke nur gelegentlich geöffnet. Die Vorfahrt hat hier der Wassersport. Im Verkehrsbüro in Lötzen legte man uns das Viertel um die Pionierska und die Allee des 1. Mai ans Herz. Rote Dächer, kleine Türmchen, geschwungene Giebel, alles im Kriege und zerstört. Dort Rathaus, Kreisverwaltung, Masurens schönstes Finanzamt, das Gymnasium Nummer 1, das früher Martin-Luther-Schule hieß. Und bei der Familie Dicty, zwischen Sensburg und Rhein, da dürfe man nicht vorbeifahren, wurde uns gesagt. An einigen Tagen machen dort 8 Busse halt, zu Kaffee und Kuchen und Königsberger Klops. Wenn der Pole Malisch und Sven Hannawald Skispringen, dann gehört das Herz der Dicty's Hannawald. Der Star ist sie, der Höhepunkt sind ihre Witze. Nicht alle sind sie stubenrein, aber die ostpreußische Mundart gibt allem einen zärtlichen Klang. Die Pointe ist nicht so entscheidend, es ist die Sprache. Aus meiner Kindheit habe ich sie noch im Ohr. Eine masurische Melodie, die langsam verweht. Hören wir mal hinein. Und jetzt, der sagt, mach doch den großen Tor auf, meine Kuh will nicht durch. Ja, wir bekamen nur Befehl, den kleinen Tor aufzumachen. Und jetzt ruft Jaruzelski, sagt der Kollege, lass den kleinen Leuten sagen, die sollen den großen Tor aufmachen, meine Kuh will nicht durch. Ja, sagt er, und wie steht Kollege de Kuh? Ja, sagt er, mit dem Kopf schon in Polen, aber mit dem Arsch immer noch in Russland. Ach, das ist doch gut, sagt er. Dann guck mal, du wirst fittern und wir werden melken. Die Chausseebäume überall in Masuren, sie werden wohl den Richtlinien der EU zum Opfer fallen. Denn so schön die knorrigen Eichen und Ahorn auch sind, sie machen die Straßen nun einmal eng und gefährlich. Und das Autofahren in Polen ist abenteuerlich genug. Also, das müsste heißen, Jesaja, wir wollen euch lieben in der Nichtverhaltenen, da irgendwo ist Schluss. Der Rest ist ausgekratzt. Es gibt bedeutendere Bauwerke in Masuren, aber irgendwie ist uns dieses Kirchlein aufgefallen. Wir machten Halt, schwer zu sagen, warum. Die Kirche eigentlich noch prima in Schuss. Gräber, gerade zwei. Dies hier ganz offensichtlich das neuere Grab. Friedrich Schwabe. 1902 geboren, 1975 gestorben. Und hier, das Grab ist garantiert älter. Das ist garantiert älter und da kann ich draus lesen. Emma ist der zweite Name und der erste ist Lark. So was ähnliches. Wenn ich dies hier richtig lese, 1899 geboren. Ja. Und wann gestorben steht hier nicht. Ein Friedhof, nur zwei einsame Gräber. Das letzte 1975 ausgehoben. Noch frische Blumen für Friedrich Schwabe. Wer mag er wohl gewesen sein? Das nächste Dorf heißt Stacho-Wiesner. Das größte Haus hat schon mal bessere Tage gesehen. Es wird ein Landgut gewesen sein. Acht Familien wohnen heute hier. Guten Abend. Auf der Suche nach Spuren von Friedrich Schwabe. Dem Mann auf dem Friedhof. Niemand hat von ihm gehört. Im holprigen polnisch Guten Tag. ZDF, deutsches Fernsehen. Unser Anliegen zugegeben, ist etwas ausgefallen. Von den Jüngeren ist wohl keine Auskunft zu erwarten. Und plötzlich kratzt sich einer am Kopf. Klar, Schwabe. Während des Krieges hat er hier auf dem Gut gelebt. Da gab es eine Besitzerin, ihr Mann war Offizier, er war im Krieg. Und da war Schwabe der Verwalter. Später ist er hier einfacher Arbeiter gewesen, genau wie ich. Auf dem Friedhof begraben. Ja, hier hat er gewohnt. Und wie hieß die Besitzerin, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Sie lebt nicht mehr. Und wo sie begraben ist, in Deutschland. Aber Schwabe, ihn haben viele noch gekannt. Aber die wohnen hier nicht mehr. Oder sie sind auch schon tot. Jetzt leben hier acht Familien. Gleich nebenan zwei riesige Hallen. Schläuche und Kabel liegen herum um die Glassplitter von Melkmaschinen. Denn nach 1945 ist dieses Stachowiesner ein Staatsgut gewesen. Anfang der 90er Jahre wurde es in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Vor sechs Jahren ging der Betrieb dann pleite. Auch die Menschen wurden nicht mehr gebraucht. Ein klassisches Schicksal der polnischen Landwirtschaft. Ach ja, die kleine Kirche. Es stellt sich heraus, dass Sophia Bogwa einen Schlüssel zu ihr hat. Nach Johannes dem Täufer ist sie benannt, war früher evangelisch, nun ist sie katholisch. Sophia hält hier alles in Ordnung. Alle zwei Wochen findet ein Gottesdienst statt. Mal kommen fünf, mal kommen auch zehn Besucher. Zum Abschied hat sie uns Fliederbeersaft und eingelegte Gurken mitgegeben. Und es war schwer, sie von weiteren Geschenken abzuhalten. Der kleinen Kirche verdanken wir eine kurze, aber unvergessliche Begegnung. Vielen Dank.